Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen zu den neuesten Angeboten von Norma vom 8. bis 13. Juli. Entdecken Sie unsere unschlagbaren Rabatte in verschiedenen Kategorien. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche bei Norma gibt es fantastische Rabatte auf eine Vielzahl von Haushaltsartikeln. Egal ob Sie nach neuer Kleidung, Gartenzubehör oder Heimtextilien suchen, bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen. Von bequemen Sommerkleidern über praktische Gartenmöbel bis hin zu stilvollen Heimtextilien. Wir haben für jeden etwas dabei. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Zuhause und Ihren Garten zu verschönern und das zu unschlagbaren Preisen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unseren Angeboten inspirieren. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Diese Woche gibt es bei Norma gibt es noch ein paar Wochen. Wir haben bei Norma eine Vielzahl von Angeboten in verschiedenen Kategorien. Genießen Sie frische Fleisch- und Milchprodukte, leckere Snacks, süße und salzige Leckereien sowie frisches Obst und Gemüse. Egal ob Sie Ihren Kühlschrank auffüllen oder einfach nur etwas Leckeres zum Naschen suchen, bei uns finden Sie alles zu reduzierten Preisen. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Lieblingsprodukte günstiger zu kaufen. Besuchen Sie uns und entdecken Sie unsere wöchentlichen Highlights. Die Euro 2024 bringt Spannung und Freude und Norma bringt die passenden Angebote. Entdecken Sie unsere speziellen Rabatte auf Snacks, Getränke und alles, was Sie für das perfekte Fußballerlebnis brauchen. Feiern Sie die Spiele mit unseren köstlichen Angeboten und sparen Sie dabei. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Ab dem 12. Juli gibt es bei Norma exklusive Wochenendangebote. Freuen Sie sich auf Rabatte bei Fleisch, Lebensmitteln und Reinigungsprodukten. Diese speziellen Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar, also kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihre Favoriten zu unschlagbaren Preisen. Am 14. Juli bietet Norma fantastische Online-Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten für Haus und Garten. Stöbern Sie durch unsere Auswahl an stilvollen Möbeln, praktischen Gartengeräten und vielem mehr. Unsere Online-Angebote bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einkäufe bequem von zu Hause aus zu erledigen und dabei zu sparen. Entdecken Sie die Vielfalt und Qualität unserer Produkte und profitieren Sie von den Sonderpreisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Norma Bestellmagazin bietet Ihnen eine unglaubliche Auswahl an Produkten für jeden Raum in Ihrem Zuhause. Von Küchenutensilien und Gartenzubehör bis hin zu Badezimmer und Wohnaccessoires. Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihr Zuhause zu verschönern. Unsere speziellen Rabatte machen es noch einfacher, hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen zu erhalten. Durchstöbern Sie unser Magazin und lassen Sie sich von den vielfältigen Angeboten inspirieren. Egal, ob Sie Ihre Küche aufrüsten, Ihren Garten verschönern oder Ihr Badezimmer neu gestalten möchten, bei Norma finden Sie die passenden Produkte. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen.